Ich hab einfach nichts passendes. Dann lass uns doch shoppen gehen. Hallo, herzlich willkommen bei Rottler. Hallo, ich brauch dringend was Neues. Das kriegen wir hin. Ich kann mich gar nicht entscheiden, ich find beide richtig gut. Nehmen Sie einfach beide. Komm doch mal rein. Komm doch mal rein. Und so soll es sein.